Musik 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 Notruf, Feuerwehr und Rettungsdienst. Was brennt an der Dünsbergschule? Aus dem Gebäude? Sind da noch Personen im Gebäude, wissen Sie das? In Ordnung, Frau Brück. Wir schicken sofort die Feuerwehr zu Ihnen. Ich bin gerade am überlegen. Da kann man ja so ein Stückchen gucken. Oh, bin ich bin ich? Oh! 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 Was ist los? Unklare Rauchentwicklung für Spätschrude. Spätschrude 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 Hebe, nimm die Fluchthabe für die Menschenwaltung mit. Hallo, wir haben ein Kind, da fühlst du dort im Gebäude sein. Ein Kind vermisst, da oben im Gebäude. Ein Kind ist vermisst, alles klar. Angestellt mit 1. Rohr zur Menschenrettung über die Treppe mit Werbekamera vor. Ein Kind wird vermisst und aufgebaut. Gut, alles klar, ich weiß Bescheid. So Frau Werbe, wir gehen mal zurück zum EED. Wir gehen mal die 1. Lagemeldung durch. Der Florian Hohner, 2.11.1, mit einer Lagemeldung kommen. Schreibt, mein Kommen. Bestätigtes Feuer, ein Kind im Gebäude, weitere Einsatzmaßnahmen sind getroffen, kommen. Bestätigtes Feuer, ein Kind im Gebäude, weitere Einsatzmaßnahmen sind eingeleitet, kommen. Das ist richtig so, kommen. Verstanden, Ende. Grüß dich, Christian, was haben wir dann? Folgende Lage, ein Kind vermisst, Feuer ist bestätigt, weitere Einsatzmaßnahmen haben getroffen. Und die 1. Marke am Lagerin ist auch gesetzt. Wo haben wir? Hier, das ist Gebäude F hier oben und da ist der Zugang von hier unten und wir sind hier in dem Klassenraum. Also wir vermuten, dass es da drin ist. Gut, Christian, fangen wir jetzt frühzeitig an mit Abschnittsbildung. Wir machen einen Abschnitt hier vorne, Menschenrettung, einen Abschnitt von hinten, Brandbekämpfung, das war Altenkirchen. Und wir gehen hier vorne auf den Parkplatz und machen da Artenschutz-Sammelplatz. Wir gucken uns das jetzt mal da oben an. Ja, zum Angriff, fertig. Wie ist die aktuelle Lage? Also, folgende Lage, hier in dem Gebäude F haben wir einen begriffen Dachstuhl dran. Alle Schüler, bis auf einen, haben wir aus dem Gebäude draußen. Wir haben bis jetzt alle verfügbaren Artenschutzgerätträger. Hallo, ich fange nochmal ganz kurz an und die Polizei, die Lage nochmal neu. Wir haben hier im Gebäude F1, haben wir einen beginnenden Dachstuhl dran. Die Schüler sind bis auf eine, alle aus dem Gebäude draußen. Wir fahren zu Zeiten in den Angriff, haben das in Abschnitte ausgeteilt. Von Ihnen hätten wir gern, dass Sie schauen, dass Sie hier von der Einsatzstelle haben. Ja, das ist kein Ding, was mit der einen, die noch drin ist. Da sind wir jetzt mit dem Angriffsdruck, sind wir da drin und sind hier am Suchen. Eine Lagemeldung und ganz kurz nochmal hier, dass wir Übersicht, Tim, mach du nochmal. Genau, Lagemeldung. Bis jetzt eingetroffen, da sind wir 32 Leute vor Ort, 13 AGTs haben wir insgesamt im Einsatz. Auf der Anfahrt Altenkirchen-Bellersdorf mit 21 Leuten, die müssten jeden Moment ankommen. Polizei, ihr seid da. 24 AGTs, 53 Leute nachalarmieren lassen, da habe ich zweimal Rettungsdienst, Notarzt und die SEG-Betreuung. Aktuell haben wir soweit alle Kinder hinten auf dem Sammelplatz. Wenn es die Lage hier vorne ein bisschen gerichtet hat, versuchen wir die Außen um die Schule vorbeizubringen, dass wir sie vorne im Rettungsdienst übergeben können. Ich führe dann nochmal mehr Kräfte nach, von Wetzlar-Runden, wo sie mich zumachen können, weil sie zwei, drei sind ja nichts. Ja, aber das wäre ein Ort auch. Dann auf geht's. Hilda. So, Einsatzauftrag für euch. Du bist der Absatzleiter Rückseite, Dachstuhlbrand oben auf Gebäude. Ihr leitet an, von oben beginnen Brandbekämpfung. Verstanden. Absitzen hinter 20 aufstellen. Einsatzlage ist Dachstuhlbrand auf der Dachaußenhaut. Angriffstrupp unter Atemschutz. Fertig machen zur Brandbekämpfung. Wassertrupp mit Steckleiter auf das Gebäude vor. Zum Einsatz fertig. Einsatzgrupp zur Brandbekämpfung mit altheiligem Steckleiter zum Objektvorfall. Jawohl, Feuer Leute. Sicher. Eure Einsatzzeit 20 Minuten. Saut aus sicher, kann gehofft gezogen werden. Hattet ihr die Hilda gesehen? Nein, als wir rauskamen, habe ich sie nicht mehr gesehen. Moment, springe ich mir gerne. Wo ist mein Kind? Sie heißt Hilda. Ruhigen Sie sich erst mal. Wir tun alles, was... Wir haben jetzt Leute schon im Gebäude drin, die suchen ihre Tochter. Geht's doch bitte mit dem Herrn Bürgermeister. Der füllt sich erst mal mit, um die was zu bringen. Kommt weg. Bleiben Sie mal ganz ruhig. Ist sie noch drin? Warten Sie, unsere Leute sind da. Es wird alles schon geregelt werden. Bleiben Sie hier. Dann zurück. Hier ist das. Wir kümmern sich jetzt um sie. Trinken Sie mal was. So, ganz ruhig. Kameraden kümmern sich darum. Bleiben Sie hier. Ganz ruhig. Trinken Sie mal einen Schluck. Dann geht's Ihnen gleich viel besser. Warte. Warte. Jo. Geht nach außen auch. Kein Feuer zu sehen. Verstanden. Hier warte. Da hinten ist jemand. Geradeaus durch. Hallo. Hallo. Alles gut? Feuerwehrkarmade in Karaden sind oben drin. Die sorgen dafür, holen das Kind schon da raus. Machen Sie sich keine Gedanken. Alles wird gut. Du brauchst keine Angst haben. Gezieht bitte lieber. Dann kannst du beide Luft holen. Und ab und verlaufen, ja? So. Sehr gut. Die bringen dich jetzt raus, ja? Danke. Hattet uns auf die Branche, Thomas. Rutsch für neue Anker. Der Wohrm-Geford, wo bringen wir jetzt raus, Thomas? Das verstanden. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.